ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt kommt der hier lang Folgt der mich, der Juggernaut 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 Ey und den Das ist ja wieder der Hammer Hier ist der Juggernaut Ey der Typ blockt mich, mein eigener Typ blockt mich Ich hab den getötet, den scheiß Juggernaut Ihr Noobs Killer Ja, obwohl mein eigener Homie mich geblockt hat Verkehrte Welt Oh, hohes Immigration Ausgeflogen? Ne Oder? Also ich, ne Da ist einer rechts Oh, der Ich spalle die ganze Zeit auf den drauf Und dann kriegt so ein Typ Und dann tot Oh, he left Ich spraye alles Ich spraye aus 100.000 Metern Entfernung Oh, Akimbo Noob Wer ist das? Wer hat das gesagt? Du Ich hab gedacht, hier wäre noch einer Da ist er Mann, ey Von hin? Was? 9-11 Ah ne, das bist du Ich hab schon gedacht, wie schlecht bin ich denn, ey Nichts 9-11 Doch, 10-11, ja Schreibt mal, Cheater, Hacker, Wallhacker, Bunnyhopper, Wins Haha, genau Scheiß Akimbo Ah, Kimbo Awesome Haha, find ja da noch cool, yeah Haha, okay, what? Schreibt mal It's a joke, little dipshit Mach einfach, drück einfach Z und schmatz den ne Runde ins Ohr, das ist Strafe genug Echt, warte mal Ich hör dich gar nicht Komm, lass raus Ja Aber die sind fast alle draußen Egal Ja, das ist egal Das ist dasselbe wie eben Haha Willst du wieder raus? Ja Machen wir mal Team Deathmatch, weil du es bist Warte mal kurz Wolverine, Wolverine, Wolverine Wolverine Underground, ey, lass mal Bootleg machen Bootleg Klick auf Bootleg, Mann 2-2 Mann, jetzt Nein, ich hab nicht wieder Bock auf Underground Achja, und der schaltet die Map-Rotation, die schaltet der durch Aber wenn du jetzt den Server wechselst, ist die Map-Rotation natürlich wieder von einem anderen Ja, 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 ja Weil du sagst immer dieselben Karten Ja, ja, ja Hm, scheiß Underground, nein Hoffentlich Bootleg, Bootleg, ja, Bootleg, wow Awesome, Bootleg Aber in dem Namen ist schon lag, das gefällt mir nicht Ha, 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 ha Nein Was denn? Wolltest du den in der Klasse machen? Nee, ich, ich hab, ähm Einen extra wieder frei hier um Sturm Diese extra Klasse, weißt du, Sturm oder Bla, bla, bla Hm Ich mach mal Striker-Action Gucken wir mal, ob ich das auch kann Ich glaube zwar eher nicht Obwohl, ich wollte die PP90M auf Gold spielen Egal, erstmal Striker, mal bis zu gucken Wenn ich nicht klarkomme, dann ändere ich das noch Ich lauf mitten durch die Mitte, ist mir scheißegal, ey Deshalb bin ich auch gleich tot Hm Hm Wo haben wir wieder so kleine Camper-Ratten, ja? Ja Ist auch so Ah, du Du hast recht, das sind die übelsten Camper-Ratten Weil der eine Typ, der hat nicht gesehen, dass ich neben dem stand Und dann guckt er trotzdem noch Camper-mäßig in die eine Richtung Weil er seine Position halten will Oh Mann, ey Oh, Schnauze voll, muss ich mal ein bisschen hierher Schon wieder campen Wow Warum auf mich, warum? Mann Hier ist irgendwo ein Sniper Aufpassen Aufpassen Da ist der Sniper, aber ich bin tot Aber mit der Shotgun, da kann es natürlich nicht so weit, ne? Das ist natürlich klar, jetzt, ne? So, he, he, he Scheiße, ja, Mann, ey Fuck you Oh, ich krieg die Kotze Wieso kann ich mit der Shotgun nicht so umgehen? Oh Gott, wie schlecht, ey Wow Was? Was ist da los, Wolverine? Oh, das war ja mal Shotgun ist lustig Das ist mal was anderes so Aber, naja Oh, war ja klar Nur weil der Typ auf mich zurennt Scheißidiot Noch ne Predator Gib mir 20 Da ist doch einer Da sind zwei Oh, ey Immer der dritte tötet mich Grad eben ist schon zweimal Oh, ich hab den doch Was ist da los, Wolverine? Wuhu, mein Zweiten Mann Die haben ne feindliche Motherfucking Cobra Oh, ich würd mal sagen Wir kriegen, äh, mächtig einen auf den Sack Ah, du Wichser Mit seiner scheiß Last Standing, ey Schild auf dem Rücken Und dann Last Standing Furchtbar, ey Ach Die kriegen nichts Ja, das sind auch Camper Die hängen da In irgendwelchen Ecken Und warten drei Stunden Ey, man kriegt nicht mal den Kill da Ja, geil, ne? Mhm Schön mit dir zu sterben, Mann Ne, ich hab keinen Bock mehr Worauf? 2 zu 10 Das gibt's doch wohl nicht 11, 13 2 zu 10 Was machst du denn, ey? Ach, das bist du Pass auf, wer ist denn da? Ja, danke Lass da raus Der tötet mich Ey, da ist einer Oh, Mann Eine Sekunde schneller nachladen Eine Millisekunde Wow Ach, ich schick die Kotze Warum kann man die Taste eigentlich nicht halten Bei der Shotgun Dass man so Macht Du musst schneller drücken Ja, alles klar Ey Wolle Das musst du dir im Video angucken Ohne Scheiß Ich baller 20 Mal auf die IMS drauf, ne? Und dann Bin ich immer näher gegangen So einen kleinen Schritt Wo ist der? Also Striker ist nicht so für mich so Oh, ich bin der letzte Kill Awesome Obwohl ich 30 Mal auf den drauf baller Weißt du, Shotgun Wenn mich eine Shotgun erwischt Bin ich immer direkt tot Aber guck dir das mal an Ja, bam, bam, bam Zweimal hab ich den getroffen Obwohl das bei mir Video dreimal ist Aber cool Witzig bin ich über dir Ey, guck dir mal unser Team an 2, 11, 4, 11 Ich mach nie wieder Live-Kommentary mit dir Komm, wir gehen raus Ich hör nur Geräusche bei dir Furchtbar Lass Waffenspiel machen Geht doch nicht Wieso geht das nicht? W2 ineinander Pff, ne Komm, das war doch witzig Bitte Naja, wenn du dein Ego pushen willst Kannst du das anders machen Hohoho Ey, schon wieder diese Scheißkarte Das ist doch echt nicht Ernst Das Spiel hat glaube ich 17 Karten Oder 16 Karten Wir haben jetzt von 5 Spielen Dreimal dieselbe Karte Was ist da los, Wolverine? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll Ich auch nicht Starter, Motherfucker Mann Ey, ist schon wieder so ein Shotgun-Penner Ich sehe nur Shotguns Überall, wo ich hingehe Und wenn ich einen Shotgun benutze Ist das für scheiße Haha Ich hab keinen Bock mehr Entspann dich Nee, das ist furchtbar Double Kill vielleicht Möglicherweise etwas Ja, Triple Kill Möglicherweise vielleicht So ein bisschen Schon bin ich erster Nein Wenn das jetzt eine feindliche Granate gewesen wäre Dann wäre ich tot gewesen Ey, wo kommen die überall die Schüsse her? Hä? Das ist ein dreckiges Spiel Warum hast du kein Battlefield? Das ist so Teamplay mäßig Wie heißt du eigentlich bei Playstation Network? Falls mich nochmal jemand fragen sollte Ja, Wolverine 11, 12 Mit N oder N-E? Wolverine Mit Wolverine Also mit E am Ende E am Ende und dann 11, 12 Also habt ihr Skirt Wolverine bei Playstation Network Ich sag Wolverine Nee Mit der E am Ende Und 11, 12 Pass das Shit, Mann 11, 12, ne? Warum denn 11, 12 Wolverine? Das kann ich dir auch nicht sagen Was? Ist das dein Brustumfang? Was laberst du eigentlich? Double Kill Ich glaubst du eigentlich manchmal Den Scheiß, den du davon hier gibst? Nee, aber das ist ja das Gute daran Ich weiß ja, dass es scheiß ist Oh, ich guck's ja immer nach links, weißt du? Akimbo Ey, Wolverine, du kannst doch rappen, oder? So deutscher Hip-Hop und so Bist da voll der Fan von Mach mal ein Lied über Akimbo Was? Du babbelst echt in Schiss, ey Ohne Scheiß Die Leute sollen dir mal schreiben Dass du denen ein paar Lieder von dir schicken sollst Macht der auf jeden Fall Der ist talentiert Auch wenn das nicht so endet Oh, ey, ich glaub's nicht Bis zum nächsten Mal.